Wie ernst kann man ein Virus eigentlich noch nehmen, wenn dieses private Treffen auf zwei Hausstände begrenzt, aber Gottesdienste dennoch erlaubt? Ist das Virus sakral gesegnet und respektiert religiöse Gefühle? Was soll es mir eigentlich sagen, dass man sich Schulter an Schulter in Bus und Bahn quetschen darf, auf dem Weg zum Fitnessstudio, nur um dann vor Ort festzustellen, dass das Fitnessstudio geschlossen hat, wegen unvermeidbarer körperlicher Nähe zu anderen? Ihr wisst, ich bin kein Fachexperte, was diese Thematik anbelangt, das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns, deswegen nur ein paar harmlose Fragen und ein paar logische Schlüsse, auf die jeder kommt kann. Es ist doch beispielsweise nachgewiesen, dass Halstücher, Schlauchschale oder Textilermundschutz eine viel größere Durchlässigkeit haben als klinische Mundschutzmasken. Warum sind diese aber dennoch gleichermaßen und gleichwertig zugelassen für das Betreten von öffentlichen Läden? Müssten nicht ausschließlich klinische Mundschutzmasken zugelassen sein und diese auch nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie seit maximal einer Stunde Benutzung sind und vorher nicht irgendwo offen herumgelegen haben? Ich meine, wir haben es hier doch mit einem Killer-Virus zu tun. Da würde es doch einem Tanz mit dem Teufel gleichkommen, wenn man Masken benutzen würde, die man zuvor aus Bequemlichkeit stundenlang am Handgelenk getragen hat. Die Inkubationszeit kann laut der Deutschen Lungenstiftung bis zu 24 Tage betragen. Wieso sollte man demnach die Quarantäneauflagen im Falle des Falles auf lediglich 14 Tage beschränken? Das sieht ja fast so aus, als wäre das eine äußerst kompromissbereite und sozial verständnisvolle Epidemie. Man könnte sogar sagen, es sieht so aus, als hätte die Regierung tatsächlich einen Kompromiss mit dem roten Knautschball erzielt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich sage das wie gesagt als Laie, wenn das Virus tatsächlich so tödlich ist, dann müssten wir dauerhaft alles schließen. Keine Gottesdienste mehr, keine geöffneten Supermärkte, kein öffentlicher Nahverkehr und erst recht kein Ausgang aus dem privaten Domizil. Oder drückt das Virus nach wohlwollend ein Auge zu, wenn der Untergang der Wirtschaft naht? Ihr Regierenden habt entschieden, dass die Gesundheit Vorrang hat vor wirtschaftlichen Interessen, dann geht diesen Weg auch und zwar so, dass es glaubwürdig ist. Denn wenn wir es wirklich mit einer externen Naturgewalt zu tun haben, dann ist der ausnahmslose, totale Shutdown nicht verhandelbar. Dann ist das, was wir aktuell erleben, gerade mal der blutige Anfang. Die Natur macht doch keine Kompromisse mit dem Menschen, nur weil dieser verarmt, vereinsamt, depressiv wird und oder sich selbst umbringt. Das Virus ist doch keine außerparlamentarische Opposition, mit der man sich in der Mitte treffen kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Also liebe Regierende, habt den Mut zu eurer Entscheidung zu stehen und geht weiterhin diesen Weg und zwar ohne Kompromisse, denn diese gibt es in dieser Sache nicht. Diese halbherzige und stiefmütterliche Umsetzung von vorgeblichen Infektionsschutzmaßnahmen hat im Wesentlichen zwei psychologische Hintergründe. Erstens, wir leben in der Herrschaft der Dummen und Ängstlichen. In der Zivilgesellschaft haben in dieser Frage diejenigen das Ruder ergriffen, die den Placeboeffekt brauchen und ohne dessen Illusion sie nicht leben könnten. Der Rest muss lediglich unter deren Druck mitrudern. Zweitens, im Sinne der Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen, denen jetzt der Schneid fehlt einzuräumen, einen großen und verheerenden Fehlalarm ausgelöst zu haben, ist es nun zu spät zu umumkehren. Stell dir mal vor, du bist verantwortliches Familienoberhaupt und du siehst einen Tornado an euer Haus heranrasen, den du allerdings überschätzt. Du ergreifst die Sicherheitsmaßnahme, alle Fenster des Hauses mit Holzplanen zu verbarrikadieren und in dieser Dunkelheit müssen jetzt die Kinder wochenlang ausharren. Jetzt hat sich vielleicht allerdings stückchenweise herausgestellt, dass der Tornado gar nicht so desaströs ist und womöglich schon vorbeigezogen ist. Also der große Knall ist bis heute ausgeblieben, die Kinder sitzen allerdings immer noch im Dunkeln und fragen, wann der Spuk endlich vorbei ist. Du kannst ihnen nicht zeigen, dass du aus berechtigter Not herausgehandelt hast, weil der Sturm so eine zerstörerische Kraft hat, denn das hat er nicht und das weißt du, du hast ihn ja einfach nur überschätzt. Du kannst allerdings auch nicht zugeben, dass du ihn überschätzt hast, weil dann müsstest du auf die Knie fallen und wochenlang einen unrechtsmäßigen Hausarrest wiedergutmachen. Das einzige was dir bleibt, um aus dieser Nummer zumindest augenscheinlich gesichtswahrend wieder herauszukommen ist, in diesem Trugschluss weiterverhaben. Wenn du mitten im Rennen merkst, du hast auf das falsche Pferd gesetzt oder dein Pferd ist ein Esel, dann musst du weitermachen und du wirst weitermachen, weil du zu stolz bist, deinen Fehler einzuräumen, weil dir die Größe fehlt, die Konsequenzen auf dich zu nehmen, die aus diesem Fehler resultieren. Einen Ausweg aus dieser Situation gibt es für die Betroffenen also erst, wenn eine neue, eindeutige Maßnahme die vermeintlich verlorene Sicherheit wiederherstellt, zum Beispiel nicht öffenbare Fenster. Denn du weißt ganz genau, dass eine sukzessive Rückkehr zur Normalität in den Augen deiner Kinder nicht glaubwürdig wäre und dich verraten würde. Das bedeutet, liebe Kinder, die Zwangsimpfung wird in jedem Fall kommen und macht euch auch wegen dem Wort Zwang keine falschen Hoffnungen. Es muss nicht zwingend gegeben sein, dass euch einer dafür ans Bett fesselt und euch eine Nadel in den Arm rammt. Anfang des Jahres hätten wir uns auch beispielsweise nicht vorstellen können, wie man uns hierzu zwingen will. Was wie gesagt, angesichts der absolut widersprüchlichen, lückenhaften und sinnlosen Regelungen die ganze Show zu einer Farce kommen lässt. Das hier ist nicht mal Placebo. Hier habt ihr eine Buchempfehlung zu dieser Thematik. Eva Rex beschreibt die aktuelle Entwicklung akkurat an den Lehren von Hannah Arendt und zieht die Parallelen zwischen heute und Arendts Totalitarismusbegriff. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Name ist Ferus Kahn. Ich ziehe hobbymäßig unserer Regierung die Hosen runter. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, folgt mir auch auf Telegram und im diensten Sinne bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat und ihr habt, dann könnt ihr gerne Kanalmitglied oder Patreon von Axelos West werden. Auf Paypal findet ihr mich für die direkte Unterstützung meiner Arbeit und ansonsten vergesst nicht meine Beiträge zu liken und zu teilen. Axelos West ist gut. Abonniert Axelos West und kommt auch gerne in meinen Telegram-Kanal.